ihr seid so daneben es sind männer die können das nicht anders ich bin gerade so scheiße gestartet hier ich warte jetzt mal hier was ihr macht schatzi ich habe heute wieder ein bisschen meine kontakte auf meinem handy bereinigt wo habe ich rausgeflogen ziemlich viele das ist gespenst welches gespenst was meinst du vorhin wo wir die erste runde auf dem sumpf hatten ja die schlumpf der schlumpf ich habe eine regenbogen karte was machst du an die kisten jetzt doch das gleiche drin was du weil ich das standardmäßig drinnen sie hatte ich gesehen sie ist hinter der das ist scheiße das ist eine sackgasse hier bin ich dreimal falsch gelaufen ja das weiß ich hier ist noch mal ein totem wo ich gerade bin hier unten im keller ist eine rühne box dachte ich mir dass du da rum willst ich glaube wer sonst also sie jagt gerade nein ich kann nichts jetzt habe ich sie gestunnt obwohl ich vorher überhaupt erst drauf gedrückt habe was das für eine scheiße wir haben leuchtend das totem gefunden hinten in der ecke ja mach weg mach weg ja das kann auch was anderes sein ich habe ihn schon gesagt dass wir es haben ja aber es kann noch weiter hier ist nicht ruhe ich gehe hin und macht aber jetzt werden hier liegen also wisst ihr dann auch wo ich bin ja also da wo das auto ist zwischen den reifen direkt neben dir aber zumindest sind das dann 2 2 2 2 2 2 1 1 ja aber wegen dir weil ich jetzt wonnen hilft ja warte aber bis sie weg ist warte aber flor hat gesagt sie soll das weg machen sonst hätte ich das natürlich nicht weggemacht holt jemand sie und ich mache das totem weg sie guckt so komisch in seine richtung an ja sie ist drüben schnell 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 mach das totem sie hat mich gesehen lasst mich hängen erst das totem machen das ist am wichtigsten ja wo ist das noch nicht runterholen ich soll dir kein runde holen ok ich sag dir wann das ihr runde holen kannst du kannst dich hier hinter dem ding schon mal hinstellen hinter dem dass ihr hochkommen kannst jetzt ganz zum flo hin sagt aber nicht dass er mich abholen soll danke was kann ich jetzt oder kann ich nicht ja das ist glaube ich noch ein chase ich darf jetzt nicht ganz und ich habe wieder kein selbstheal mitgenommen die ist die hat gerade mein chen dahinten kaputt gemacht jetzt geht sie in deine richtung ich gehe zu meinem zurück der war zur hälfte oh hey schätze da läuf ich gerade weg von mir ja ich gehe zu dem den ich fast fertig hatte wo sie gerade runter trampelt hat hier werden wir jetzt gerade zu zweit dran gewesen ja wow ja toll ich will dem flo helfen und er streit auf einmal hier ja gehe ich mal zu dem gender noch relativ unten bisschen wie macht ihr das kino nur schlampe da haben wir die war jetzt eine barbecue die kam so richtig straight hier rüber ja die face walked in welche richtung ja sie ist bei mir ich habe keine ahnung in welche richtung ja ich habe sie mal hier oben geholt weil ich eh tot bin weil ich nur einen hit ab kann naja sie ist schon da naja ja du holst dankeschön schalte ich jetzt aber mal extra nicht weil äh ne ja weil ich sowieso wieder verkrackt nene naja ich habe es schon verstanden wünscht mir glück dass ich den chen noch pack ja ich versuche ihn Lars zu holen ist sie noch da nee so ausschau habe ich nicht mehr gesehen wo sie hin ist habe ich auch nicht oh sie ist zu mir komm schon noch ein bisschen aber bisher muss ich jetzt zugute halten dass sie nirgendwo jetzt gekämmt hat ich sag's ja nicht gerne soll ich dich halten oder aber nicht hier am haken das wäre natürlich am schnellsten ne bestimmt nicht aber hinterm dünnen baum weißt du ja ich bin schlank hast du gesehen ich pass dahinter genau uah tschuldigung ja guck mal sie kommt sie kommt sie links weg es geht los ich hab dich ja losgelassen deswegen hab ich ja gerade den check gemacht ne hast du dich zu stehen ja sie tunnet nicht also ja wir waren beide verletzt ich meine aber setz sauer auf mich glaube ich weil ich sie eben so hingehalten habe äh würdest du mich hier nicht aufhängen werdet aber ein haken wie weit bist du mit heilen ja halb so ein bisschen wie kannst du sie geht zu euch beiden hä bei wieso geht denn ach so das war das reparieren das andere zeichnet ehrlich ist hier nein sie ist noch hier zu drühen ich geh zu Silke ach so ich bin auch auf dem weg aber ich bin ich bin eh schon sie findet ihr laufe anders schön ja nur ich laufe hier genau rein super ja wir sind so viele gents an die hat ja auch alle wieder runtergetreten also das macht sie gut ok ich laufe hinter dir laufe weg sie ist hinter uns ich biege ab und nimm sie wenn möglich mit ich versuche zum Mars zu kommen also ich bin gleich bei dir ich bin gleich bei dir ja das sollte noch reichen dass nächste auf die gegengesetzte Richtung das sollte noch reichen Soll ich dich gut heilen? Ja, das kannst du machen. Das wär mal nett. Wenn mich mal einer fertig heilt. Mach ich. Die hat mich verloren ernsthaft. Ja, dann kommt sie wahrscheinlich gleich wieder hier hin. Das ist bei mir. Ja, mich hat sie vorhin auch das erste Mal verloren. Wo ich nicht gedacht, danke. Lass es den Generator hier machen. Das war der, den ich mal angefangen hatte, ja. Aber der dürfte jetzt... Ist doch ein bisschen fit. Werden wir wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Nee. Hm. Das... Aufhänger muss sehr entspannend sein. Weil der Crossfit-Status ist ja dann weg. Sie ist hier. Dankeschön. Ich wollt nur an deine Brüste. Oh. Sie ist hinter mir. Oh, sagt sie. Äh, soll man uns heilen? Mann, mach jetzt! Ja, heilt euch. Entschuldigung, Lars. Aber du darfst jetzt nicht mehr hängen, gell? Nee, nee. Und mein Strike ist gerade auch abgelaufen. Ja, sorry. Sekunde, ich bin so gut wie durch. Und Paletten sind jetzt auch alle. Okay. Warte, hier ist ein Skill-Check. Danke. Die rennen gerade in eure Richtung, gell, Ladies? Ja, Hauptsache Anna ist gehalten. Danke, wie weit bist du? Oh, gar nicht. Ah. Ich hab ja keine Selbstheilung. Ich hab die Regenbogen-Karte, denk dran. Also, wenn du die mit rausnehmen willst. Ja, ich hab nen lila Koffer. Oh, hat die irgendwo geschmeckt. Ja, meinst du hast wieder diese Japan-Tante? Das ist doch wieder die gleiche irgendwie. Zumindest hat die das gleiche Outfit auch. Das hab ich auch. Und ich bin ja jetzt tot. Das bestichert wieder der gleiche Killer. Wie eben. Ah, das ist bei mir. Das war mir auch klar. Kannst du hee hee sagen? Das tote mir doch gar keiner mehr macht. Nee, das ist nicht der gleiche. Das war ein Fehler. Da wo es grad explodiert ist, wo wo sie grad sind, wobei gelaufen sind. Ich geh mal an einen anderen. Nein, das war... Scheiße von dir, du blöde Kate. Dass du zu dumm bist, da drüber zu springen. Ich bin beim gelben Wurst am Generator, Tom. Juck, ich hör's. Oh, Scheiße. Sie kommt zu dir, Schatzi. Ja, sie geht gleich hier weg. Jagt sie dich? Seh ich nichts gar nicht. Ähm, ich seh sie noch nicht. Sie ist nicht an Jen gegangen, komischerweise. Ich bin direkt bei dir und... ...besuch dich. Sie kommt. Dann laufe ich hier in die andere Richtung weg. Also sie lässt sich bedingt gut ausdrücken. Oh, 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 oh. Jetzt hat sie mich haut gesehen. Jetzt hat sie uns beide gesehen. Ja, aber ich glaube sie ist am Campen und sie geht hinter Anna hinterher, oder? Sie ist am Facewalken. Achso, am Facewalken, meine ich. Ja, Facewalken. Ich such schon mal sie. Ich mach den Generator weiter. Den hab ich zweimal angefangen. Zweimal bin ich da verjagt worden. Seitdem bin ich nicht mal dran getroffen. Oh. Oh. Gut, ausgewichen. Sie hat ihn doch getroffen. Ja, einmal. Aber einmal ist er ausgewichen gut. Das zweite Mal hat sie getroffen. Das ist nicht gut, wenn du kein Balance-Länder hast. Da oben ist die Fight-Tür. Oben auf dem Ding. Da wo er gestochen ist. Da wo ich gerade umgehauen wurde. Da oben auf dem Ding ist die Luke. Aber das weiß ich auch. Ich bin gerade noch bekämpfen. Okay. Aber er ist sehr nah dran. Ja, ne. Die Klappe wird so oder so. Nix für uns beide. Weil sie weiß, wo sie ist. Die Frage ist, ist noch irgendwo vielleicht... Was? Was hast du gemacht? Scheiße. Er ist tot. Ich hab gedrückt. Das passiert mir auch hin und wieder mal. Dann nimmt er das nicht an und dann war es zu spät. Irgendwie eine Unterbrechung oder was. Irgendwie eine Unterbrechung oder was. Ich hab gedrückt. Fehler beim Aktualisieren des Rangs. Nein. Oh ne, ne. Oh Leute, drückt mir die Daumen. Das schaffst du noch. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Nice! Fick dich! Hat sich da etwa jemand meine Karte gekrallt? Ja. Du hast alle schlechte Ausgabe. Du hast alle schlechte Ausgabe. Ja, aber nur die, die ich neu geholt hatte. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich liebe dich, du wärst du. Achso. Also wahrscheinlich hätte ich jetzt nochmal einen Clip gekriegt und dann wäre ich auf 19 gewesen. aber... Shit happens. Fehler beim Aktualisieren des Rangs. Peace and love. Ich hoffe, die hat das richtig verstanden. Ich hab das ernst gemeint, dass die nicht gekämmt hat, ja? Wahrscheinlich hat der sich gedacht, die sind alle so bescheuert. Die haben wahrscheinlich Drogen genommen oder so. Machen gerade LAN-Party. Haha. ... Für alle ... ... Vielen Dank.